Hallo in die Runde, mein Name ist Antje Arnold und ich bin Naturwissenschaftlerin, Fachjournalistin, beschäftige mich seit 15 Jahren mit dem Thema Biodiversität und bin seit nunmehr 20 Jahren auch Gestalterin eines immer kontrastreicher werdenden 1200 Quadratmeter großen Vielfaltsgartens. Und ich bin sehr, sehr glücklich, ich durfte diesen Quickfinder-Artenvielfalt mit umsetzen, bin aber noch glücklicher, dass er jetzt bald auch den Leserinnen und Lesern zur Verfügung steht und dass auch Sie dann ganz, ganz pragmatisch damit ins Tun kommen können. Um was geht es? Es geht tatsächlich auch erst mal um ein klein bisschen Theorie, wie Grundprinzipien und verschiedene Elemente des Vielfaltsgartens als Basis natürlich für die heimischen Pflanzen, denn beides ist notwendig, damit sich auch dann heimische Tiere bei uns in unserem Garten wohlfühlen. Der Quickfinder führt dann mit konkreten Anleitungen zur Umsetzung, aber auch ganz, ganz wichtig zur Beobachtung durch das ganze phänologische Gartenjahr und ergänzt jeweils mit einem Pflanze-Tier-Dream-Team am Ende eines jeden phänologischen Kapitels und mit einem Blick über den Gartenzaun mal aufs große Ganze, um die Zusammenhänge wie beispielsweise, naja, wie wirken denn invasive Arten oder auch der Klimawandel eigentlich so richtig auf die Artenvielfalt um uns herum, aber auch in unserem Garten. Und ich behaupte mal, jeder profitiert vom Vielfaltsgarten. Heimische Pflanzen natürlich, Tiere, aber eben auch die Gärtnerinnen und Gärtner, frei nach dem Motto, relaxen statt Rasen mähen, staunen statt schneiden und genießen statt gießen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank.